so jetzt mal dahinter stellt sich auch mal dahinter stellt sich auch dahin nein du darfst da stehen so so du bist erstmal außer gefecht du wartest ja ist gut ja dann kommt er mal raus ja ja aber schwer ist ja dass du vergiftet bist dahin schade hat nicht geklappt naja haben wir es gleich so wir gehen mal dahinter schufe 2 hat sie doch nicht auch wenn es ist weg na jetzt kommen sie oh das ist gut dass du da stehst halalalalala kommen wir mal einen schritt zurück und hau da mal zu haben wir den ersten schon mal abgehakt ähm du heizt dich lieber mal gut du gehst da hin und jagst da mal am feuerstrahl rüber scheiße ist vier jetzt überlebt gut das vier ist Geschichte jetzt kann ich angreifen so heilung naurim braucht heilung ne naurim ja jetzt was so so der ist noch nicht außer gefecht aber damit warte ich noch einen Moment zuberan sollte er sich lange mal selber heilen sehe ich gerade und drauf da und damit mal zuschlagen und Takata heilen zwei Echsen habe ich noch so so ähm, Tarkate kann ich gerade nicht heilen, ne? Scheiße, die habe ich ja schön aus der Sicht gestellt verdammt äh, mit dir gehe ich mal ein bisschen außer Schuss weiter Tarkate schlägt hier mal zu das hier ist auch erledigt Nauri möchte da mal besuchen gehen so, mit ihr kann man da mal ein bisschen ins Sichtfeld gehen bist du vergiftet oder? äh, nö, nur verzaubert ist ja auch halb so wild der Kartenmolch muss auf den Sockel im inneren Heiligtum gestellt werden dann rein dort gut, das heißt, wir dürfen da gleich wieder kämpfen na, ganz klasse was gibt's denn? ein Haufen Kram, Holzspeer äh nur die Auswahl mitnehmen die sag ich doch ja, die ist klar so ich dachte, wir können mich da ein bisschen auf Land retten aber da gibt's doch irgendwie keine Rettung, habe ich das Gefühl 1, 2, 3, 4 was muss ich hier angreifen? also, eben war es noch 6 Arme da kommt wieder da kommt wieder einer wieder ich gebe mal einen Halttrank ähm hier ist nichts hier ist nichts älterweil oh, blum, 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 wo sieben Arme, Alter egal, ich versuch's mal hier muss doch irgendwo das Hauptwesen sein oh, blum, 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 blum so, wie sieht's aus? eigentlich ist die am schlechtesten dran, oder? ja 13 Tentakel besiegen naja, gut boah, mal versuchen Mist naja, war klar so, ist auch weg so, ist auch weg hau mal zu rülp ja 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 So, jetzt kann er ein bisschen wieder wasen reißen. AST REIN! Dürfen die mehr Runden benutzen als ich? Alter, toll. Takt Karte, geh mal deinen Gürtel und nimm mal einen Haltrank. Puh, jetzt kommen sie erst. Daneben. So. So, wen haben wir jetzt hier so? Heilen wir sie. So. 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 Du gehst da hin. Ist zwar zu nah dran, aber egal. Das kann ich nämlich hier heilen, vernünftig. Ich glaube, ich habe die Taktik rausgefunden, aber mal schauen. So, du gehst da hin. Dadurch kommen da wieder zwei hoch und ich werde weggeschleudert. So, du gehst da hin. Ah, die wird umgeworfen. Sag ich doch. Naja, wird auch wieder umgeworfen. So, wie sieht es heilungstechnisch aus. Sie braucht etwas. So, jetzt wird er wieder durchgegengeschleudert. Oder auch nicht. Ja, noch ein paar Angriffe. Super. Also, wieso dürfen die zweimal angreifen? Und... Fuck. Ja gut, das war's wieder für sie. Und dann versuchen wir's mal. Na, der geht weg, schade. Schade. Na gut, versuchen wir den mal zu heilen. Es wäre gut, wenn wir hier mal teilsen könnten. Nö. Alter, ist das ekelhaft, dieser Level. Naja, gut. Nö. Das war's für heute. 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 Und damit angreifen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, der wird umgestoßen. Das war's für heute. Und auch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.